Hey Leute, mein Name ist EpicStan und mit dabei ist heute die Katja. Hallo! Und Moment mal Katja, heute machen wir wirklich was richtig, richtig doll lustiges. Und zwar, jedes Mal wenn wir einen Block abbauen, spawnen wirklich richtig, richtig doll viele, richtig doll böse Bienen und die wollen uns stechen. Oh oh, ich liebe Bienen, aber wenn die uns stechen wollen, sind das gar nicht liebe Bienen. Oh, das stimmt, die sind wirklich richtig doll mies und fies. Und es wird wirklich richtig doll knifflig, wenn wir hier zum Beispiel Erde abbauen wollen. Es bauen wirklich richtig doll viele Bienen, Moment mal. Oh oh, die haben mich schon gestochen Katja, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schau dir das mal an Katja, die Bienen sind richtig, richtig doll böse und Autsche, die wollen uns stechen. Oh oh, die sind wirklich so doll mies und fies. Okay, okay Katja, wir müssen uns auf jeden Fall eine richtig doll sichere Base gegen die richtig doll fiesen, miesen Bienen bauen. Oh stimmt, aber jedes Mal werden wir doch was abbauen, dann kommen die Bienen wieder. Warte mal, ich hole uns ein bisschen Holz, okay? Oh ja, pass bloß auf Katja und da sind noch mehr Bienen. Oh Katja, was ist denn hier los? Oh oh, mehr Holz. Ah, sehr gut, pass bloß auf. Mehr Bienen. Oh nein, und du wurdest schon gestochen Katja, Moment mal, ich hole hier auch ein bisschen Holz. Und zack, das Holz habe ich aufgesammelt. Autsche, ich werde hier die ganze Zeit gestochen Katja, schnell weg, marsch, marsch. Oh oh, Gott, so viele Bienen. Katja, pass bloß auf, Moment mal, da sind schon hunderte Bienen, die uns alle stechen wollen. Die kommen zu uns, die kommen zu uns Katja, oh oh, Moment mal. So und so und so, ich mache ein Crafting-Table, so und so, ein Crafting-Table, bitteschön. Moment mal Katja, die ganzen Bienen fliegen hier hinterher und wollen die stechen. Oh, schnell weg hier, so und so, dann geht es hier entlang und oh, das ist überall Bienen. Hier ist ja alles voller Bienen. Katja, das ist ganz und gar nicht gut, dann geht es hier entlang und dann geht es hier weiter. So und so, pass bloß auf und oh oh, die dürfen mich bloß nicht stechen. Und zack und zack. Okay, okay, Katja, da geht es hier weiter. So zeitet er, zack. Und Moment mal, Katja, wo bist du? Ich bin hier wieder am Holz abbauen. Oh oh, pass bloß auf. Mach ich. Ich habe eine richtig doll gute Idee. Wir könnten ganz genau hier vorne eine richtig doll sichere Base bauen. Das wird nice. Okay, hier mache ich den Crafting-Table schon mal hin und ich sehe dich da hinten. Hallöchen. Wo bist du? Ah, ah, okay, warte mal. Ich hole uns noch ein bisschen mehr Holz und dann können wir da wirklich eine gute Base bauen. Wie viel Holz hast du denn bis jetzt? Ich habe gar kein Holz mehr, leider. Oh oh, okay, warte mal, da müssen wir richtig dein Bienen holen. Oh ja, okay, Moment mal, Katja, dann würde ich sagen, ich hole hier auch noch ein bisschen Holz. Und wir müssen wirklich richtig doll viel aufpassen vor den ganzen miesen, fiesen Bienen. Okay, okay, so und so, da holen wir das Holz. Autschi, ich habe noch ein halbes Herz. Oh, Bina. Ich habe ein halbes Herz, Katja. Ess was, ess was. Ich habe nichts zum Essen. Katja, das sind so viele Bienen hier. Was ist denn hier los insgesamt? Ich habe hier was zu essen hingelegt, guck mal. Oh, Dankeschön, Katja, ich habe hier ein bisschen was zum Essen. Moment mal, so und so, dann esse ich hier was. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das sind so viele Bienen tatsächlich. Okay, okay, warte mal. Dann würde ich sagen, ich sammle da hinten das Holz auf, was ich abgebaut habe. Und hier hinten ist das Holz. Und zack, das kann ich auf jeden Fall schon mal aufsammeln. Dann baue ich... Oh oh, nein, ich habe ausgesinnt Gras abgebaut. Es sind überall Bienen, Epic. Oh nein. Moment mal, Katja, dann baue ich das hier noch ab. Und die wollen mich stechen. Autschi, die haben mich gestochen. Oh nein. Katja, das sind viel zu viele Bienen hier insgesamt. Ich kann nur nicht mal ein Holz abbauen. Das ist wirklich so doll schwierig. So und so, ich komme zu dir. Hallo da hinten. Hallo, ich habe Angst. Oh nein, Katja. Wie sollst du mir mich schicken? Das sind so viele Bienen... Peter, die wollen auch zu dir. Oh nein, das sind so doll viele Bienen, Katja. Das ist ganz und gar nicht gut. Moment mal. Oh oh, oh oh, nein. Autschi, die haben mich schon gestochen. Moment mal, dann geht es wieder zurück zum Crafting-Table. Und ich würde sagen, wir bauen ein richtig doll sicheres Haus, okay? Okay. Okay, Moment mal, Katja. Dann crafte ich das hier um und zack. Und warte mal, hast du vielleicht noch ein bisschen Holz für mich? Mhm, aber weißt du was? Moment mal. Ich mache eine kleine Kiste und lege dir da das Holz rein. Oh, das ist sehr lieb von dir, Katja. Und dann können wir hier schon anfangen, die richtig doll sichere Base zu bauen. Das wird so nice. Und in der richtig doll sicheren Base... Oh oh, wir müssen es abbauen, Katja. Oh nein. Pass bloß auf. Oh nein. Und ganz viele Bienen. Oh nein. Oh Gott. Okay, warte mal. Ich sammle das Holz wieder auf. Und zack. Und renn, Katja, renn. Das sind so doll viele Bienen. Moment mal. Was ist denn hier los insgesamt? Die sind richtig, richtig mies und fies. Oh oh, das sind so doll viele Bienen, Katja. Moment mal. Ich crafte das Holz um. So und so. Oh, die wollen mich stechen. Die wollen mich stechen. Wir müssen unbedingt unsere richtig doll sichere Base bauen. Damit wir von den ganzen richtig miesen, fiesen Bienen sicher sind. Moment mal. So und so. Ich habe jetzt auf jeden Fall richtig doll viel Holz. So, zack, zack, zack. Und Hilfe, Katja, Hilfe. Die wollen mich die ganze Zeit stechen, die Quatschmacher hier. Oh, Alter, mir. Ja, Alter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Pass bloß auf. Hier ist ja alles voll mit Bienen. Oh, oh, das sind noch mehr Bienen. Moment mal. So und so. Ich habe mich verbaut. Ich habe mich verbaut. Oh oh. Moment mal. Ich habe sogar einen Block über die Kiste gebaut, Katja. Ich habe mich hier... Oh nein. Autschi, komplett verbaut. Katja, lauf. Das sind so viele Bienen. Oh oh. So und so. Okay, da bräuchte ich das auf jeden Fall ein bisschen höher. Dann kommt hier das Dach oben drauf. Und dann sind wir gleich richtig doll geschützt für den ganzen Bienen. Sehr gut. Oh. Au. Katja, pass auf. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, so und so. Dann kommt hier auch eine Wand hin. Und zack. Autschi. Ich habe mich verbaut. Die Bienen sind richtig doll ein bisschen fies. Katja, pass bloß auf. Oh oh. Okay, ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Renn. Zack, da, zack. Zack, da kommt hier die Wand hin. Autschi. Nein, nein, nein. Ich habe noch drei Herzen. Oh oh. Jetzt habe ich noch zwei Herzen. Ich muss hier auch weg. Das sind so viele Bienen. Schau dir das mal an, Katja. Die sind alle hin und her. Okay, warte mal, Katja. Unser Häuschen gefällt mir wirklich schon richtig, richtig doll gut. Dann mache ich hier auf jeden Fall noch eine Tür. Und zack. Die kommt hier vorne hin. Und zack. Oh. Unser Häuschen sieht richtig doll ein bisschen. Also das sind wieder richtig doll wiese, fiese Bienen. Oh oh. Katja, wir müssen uns unbedingt noch ein kleines Schild bauen, damit wir von den Bienen sicher sind. Und tschüss. Und zack, und zack. Alle, ihr kleinen Bienen, ihr kommt hier nicht rein. Oh oh. Das sind richtig doll viele. Schau dir das mal an. Aber hier in unserem richtig doll sicheren Haus sind wir sicher sehr gut. Oh, das ist nice. Okay, warte mal, Epic. Wollen wir uns ein Schild craften? Oh, das ist eine richtig doll gute Idee, Katja. Aber Moment mal. Dafür brauchen wir Eisen. Oh oh. Okay, okay. Dann würde ich sagen, ich mache uns auf jeden Fall schon mal eine Spitzhacke. Okay, okay. Ab in die Hülle. Und das Eisen. Oh, sehr nett. Pass auf, da kommen die Bienen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, Katja. Aber wir brauchen erstmal ein bisschen Stein, oder? Oh ja. Ich muss die ganzen wiesen, fiesen Bienen wegstätseln. Und zack, und zack. Ihr werdet weggestätseln. Die sind richtig doll böse. Und ich habe nur noch eine Herz, Katja. Oh oh. Moment mal, Epic. Ich habe ein bisschen Stein gefarmt. Warte. Und zack, und zack, und zack. Schnell wieder ans Häuslein. Schnell, schnell, schnell. Oh ja. So zack, und zack. Und Moment mal. Mit dem Stein können wir uns Steinspitzhacken machen. Und mit der Steinspitzhacken können wir das Eisen abbauen. Oh, stimmt. Und warte mal, ich gebe dir hier das Steinkirn. Bitteschön. Oh, danke dir, Katja. Okay, warte mal. Dann mache ich hier auf jeden Fall ein paar Stickies. So und so. Und zack. Dann mache ich eine Spitzhacken für dich. Und eine für mich. Ah, sehr gut. Guck mal, Katja. Ich lege den Spitzhacken hier rein. Und zack. Okay, okay. Jetzt sind wir auf jeden Fall richtig gut ausgerüstet. Und jetzt können wir wieder in die Mine gehen. Und das ganze Eisen abbauen. Sehr nice. Okay. So und so. Und Katja, du musst wirklich richtig doll gut aufpassen. Die kommen mir alle hinterher. Hier in die Höhle rein. Oh, oh. Moment mal. Oh, oh. Äh, Katja. Oh Gott, es sind immer noch mehr geworden. Es sind viel mehr geworden. Hilfe, ich komme nicht mehr aus der Höhle raus. Oh Gott, geh nicht eingraben. Ja, aber Moment mal. Wie soll ich denn hier jemals wieder rauskommen? Weil wenn ich Blöcke abbaue, spawnen ja noch mehr Bienen. Moment mal. Ich muss hier die ganzen Bienen wegstechen. Und das sind richtig doll viele. Oh, zack. Oh, zack. Ihr werdet alle weggestetzelt. Autschi. Hey, die stechen mich hier die ganze Zeit. Was ist denn hier los? Aua. Oh, zack, oh, zack. Hört auf mich zu stechen, ihr kleinen Quatschmacher. Oh, zack, oh, zack. Ihr werdet weggestetzelt. Und du wirst auch weggestetzelt. Ach man, die Bienen sind wirklich richtig doll mies und fies. Oh, zack, oh, zack. Ich helfe dir. Ah, danke dir, Katja. Das liebt von dir. Und hallo. Und Moment mal. Jetzt müssen wir noch den Block abbauen. Und dann kann ich hier raus. Sehr gut. Oh, oh. Und zack, zack, zack. Ich helfe dir. Schnell rennen, Katja. Renn. Oh, oh. Nimm das Eisen mit. Nimm das Eisen mit. Oh, stimmt, stimmt, stimmt. Moment mal. Ich baue das Eisen ab, Katja. Und ich habe es aufgesammelt. Renn nach oben. Und zack, oh, zack. Ich habe ein Herz. Ich habe ein Herz. Oh, oh. Da geht es hier ins Häuschen rein. So und so. Oh, sehr gut. Und hallo, Katja. Und Moment mal, Katja. Für ein Schild brauchen wir ein Eisen und ein bisschen Holz. Das heißt, wir haben schon genug Eisen. Und dann können wir uns ein Schild machen. Und dann sind wir richtig doll sicher vor den ganzen miesen, fiesen Bienen. Oh, stimmt. Ah, das wird nice. Und Moment mal, Katja. Man sieht sogar die Stachel von den Bienen bei dir. Und au. Moment mal, da ist ein Stachel. Und du wurdest ja richtig aufgepiekst. An deiner Hand ist ein Stachel. An deinem Fuß ist ein Stachel. Und Moment mal, Katja. Schau mal, in meinem Kopf. Du hast auch ein Stachel. Stimmt, du wurdest auch richtig aufgestochen. Ach, Mann, du Armer. Ach, Mann. Und guck mal, Katja. Ich lege dir das Schild hier in die Kiste rein. Bitteschön. Oh, sehr, das. Moment mal. Wir sind jetzt wirklich richtig doll gut ausgerüstet. Und können uns jetzt richtig doll gut vor den ganzen Bienen schützen. Sehr gut. Gut. Oh, stimmt. Und Moment mal, Katja. Jetzt können wir hier aus unserem richtig doll sicheren Haus rausgehen mit unserem Schild. Oh, oh. Pass bloß auf, Katja. Und jetzt können sie uns nicht mehr stechen. Und zack. Guck mal, Katja. Wir sind richtig doll gut geschützt tatsächlich. Oh, da hast du recht. Das ist nice. Und wir können sie sogar wegschnetzeln. Oh, ja. Autschi. Oh, oh. Pass bloß auf, Katja. Und zack und zack. Und hier sind einfach richtig doll große Eisberge. Oh, wie cool sieht das denn aus. Moment mal, Katja. Ich schwimme da rüber. Das ist ja so cool. Stimmt. Wir wohnen einfach neben riesigen Eisbergen. Oh, das ist nice. Oh, ja. Moment mal. So und so und so. Ich schwimme da hin. Das ist so cool. Hier sind richtig doll viele Eisscholken. Oh. Und richtig doll große Eisberge. Und die Bienen verfolgen uns. Oh, oh. Moment mal. Hier ist eine Kiste, Katja. Das ist ja nice. Moment mal. So und so. Was ist denn hier in der Kiste drin insgesamt? Und zack und schau dir das mal an. Hier sind richtig doll viele Bienennester drin. Und auch ein bisschen Honig. Und sogar Honigblöcke. Das ist ja cool. Gut, das ist echt nice. Und warte mal, Epic. Gängst du, die Bienen wollen dann in dem Nest sein? Hm, ich bin mir nicht ganz sicher. Das ist ja eine nice Idee. Moment mal. Wir können die ganzen Bienennester vor unser Häuschen stellen. Und vielleicht, na, leben dann die Bienen da drin. Und sind nicht mehr böse auf uns. Oh, das kann echt sein. Okay, warte mal. Wollen wir das austesten? Oh, ja. Okay, okay. Ab zurück zu unserem Häuschen. So und so und so. Oh, das ist so nice. Und vor allen Dingen, wir haben richtig doll coole Honigblöcke gefunden. Das ist echt cool. Dann würde ich sagen, ich platziere ein paar Honigblöcke hier. Und vielleicht ein paar Honigblöcke ganz genau auch hier. Nom, nom. So und so und zack und zack. Und schau mal, Katja. Ich habe hier richtig doll viele Bienennester. Nein, nichts abbauen, Katja. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ach man, oh zack. Und ich würde sagen, ich platziere mal hier ein Bienennest. Und vielleicht gehen die Bienen da rein. Ich bin mir nicht ganz sicher. Oh zack, oh zack. Dann stelle ich die hier ganz genau hin. Dann kommt hier noch eins hin. Und hier auch. Und Moment mal, Katja. Ich gehe auch ins Haus. Oh zack. Ziehe ich heute das mal an. Jetzt haben wir hier richtig doll coole Bienennester. Warte mal, Epic. Ich habe noch ein Bienennest. Soll ich das mal hier hinstellen? Oh ja. Guck mal, bitteschön. Oh, danke schön. Und jetzt können hier noch mehr Bienen drin wohnen. Oh, wie süß ist das denn? Oh, das hat wirklich richtig doll viel Spaß gemacht, Katja. Jedes Mal, wenn wir einen Block abgebaut haben, sind wirklich richtig doll miese, fiese Bienen gespawnt. Oh, das war so doll lustig. Und jetzt haben wir wirklich ein richtig doll schönes Haus und richtig doll viele Bienennester. So süß. So Leute, das war es mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst unbedingt einen Daumen hoch und ein Abo da. Schaut da, der lieben Katja vorbei. Und wir sehen uns wie immer morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020